ja hallo liebe zuschauer in meinem neuen buch schönkunk jung mit lumira habe ich viele methoden beschrieben die ich gelernt habe bei meinen russischen kollegen auch bei ärzte und volksheiler eine davon ist die honigmassage die honigmassage kommt aus russland ursprünglich und es wurde schon immer gemacht und es ist so dass ich mich wieder erinnert habe als veganer habe ich lange honig nicht verwendet weil es war für mich nicht stimmig und dann habe ich eine firma gefunden die so wunderbar und so gut und so stimmig für mich die bienen behandelt dass ich wieder honig verwende und diese honigmassage ist es wichtig dass wir auch selbst anwenden wir haben schon ein video mit jelena gemacht honigmassage für unser gesicht aber die honigmassage können wir auch für ganzen körper anwenden für die frau ist es wichtig dass die frau die bereiche massiert also praktisch hier am arm hier und am arm achsel und hier so um die brust also hier wo die lymphe staut und die lymphe staut ja immer wenn wir bha tragen wenn wir so ganz enge kleider tragen und ganze zeit und natürlich wenn man noch dio benutzt mit irgendwelchen giftigen zusatzstoffen dann kann man auch probleme mit brüste bekommen und hier kann man auch haben diese massage machen wenn du diese massage genau erlernen möchtest und darüber hinaus noch brustmassage ich habe dazu noch extra seminar das heißt von frau zu frau da wo wirklich nur wir frau sind und es geht halt um die brüste ansonsten in diesem buch findest du auch sehr sehr viele noch neue informationen um thema verjüngung um thema schönheit wie ich selbst für mich etwas tue und darum geht es ja auch in unsere welt wieder selbstverantwortung kann nehmen wieder in schöpferkraft zu gehen alles ist in deiner hand deine gesundheit deine schönheit du musst dich nur darauf fokussieren und dir auch täglich etwas zeit dafür finden dass du es auch benutzt beginne damit dass du wasser trinkst jede halbe stunde trage aquaband dafür arbeite mit deinen augen jede halbe stunde eine minute massiere dein genick das habe ich auch im buch beschrieben wie wichtig es ist und was macht das mit uns und es wird wieder alles gut ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020